ja willkommen mein name ist an die rolle und ich begrüße euch zurück zuletzt play vorlauf hier in der letzten folge haben wir versucht die burg zu stören sind aber elendlich drauf gegangen gegen diese meile königin und irgendwie geht es ja gerade nicht weiter wir haben alle hier schon erledigt aber irgendwie dann keinen bock zu haben weiterzumachen in der mission deswegen auch hier ja schon mal kaputt irgendwie geht es nicht weiter guter plane übrigens market mitgenommen weil es konnte er hat ja schon komplett allerdings voll seine beziehung und ja deswegen alles geht weiter wir können uns voll verstecken und so was die wände sind also vermutlich voll davon so auf also wir machen das wie voll du bleibst hier im buch und vernichtest alle eier wir finden ja 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 naja schon abbeheben das war durch nicht ungünstig schnell speichern immer so normalen speicher stand gemacht hier vor wie passieren kann eigentlich nicht mehr weiß was das war ja das war ja also warte jetzt mal vernünftig wo ist sie da kommt wir nehmen uns mal ja ja ich bin vorbereitet wie man sieht und dann haben wir den kollegen hier raus ich hab's ja mal ausgang für mich hat teil so richtig gut bankieren ich möchte jetzt nicht da mitten ein ballern nahe treffe ich irgendwie noch fliegen perfekt heiner voll daneben sehr hoch so viel weg und tschüss was ich hab gesagt tschüss ich hab's mal aufhörst ich hab's mal aufhörst 15 minuten sind immer noch fechert was ist alles ich will gegner hier noch sind immer noch nicht sicher sind immer noch ja das ist aber nicht immer noch gegner meine warum wird das jetzt angezeigt ich bin ich aber wir sind noch nicht fertig hier der general und ich werden uns die kundanlage ansehen um festzustellen in welchem zustand sie ist ihr anderen vernichtet die restlichen meyerlöx und eier die er findet ok die wehre von radiosender warum muss man auch weggehen so eine patron normal schaden sobald ich das einschalte sind wir bereits zum senden sobald ich das einschalte sind wir bereits zum senden sobald ich das einschalte sind wir bereits zum senden dann kann man noch mal effekte ansehen so ok hier ein radiosender bräuchten generator nehme ich an also ich will es nicht wieder braucht wenn ich 10 sagt man hat auch gleich sobald ich hier was abnehmen kannst du mich begleiten okay was mich gerade irgendwie gespoilert kollege da kann ich nicht werden und sehen natürlich wieder form den ganz nach bei der baustation irgendwie machen die gefärten hat dann noch an was er sagt mir aber auch nicht vorher dass ich zehn brauche dann ja ich brauchst da junge 1 sati riesig weil ich bauen kann ja glatt mein hausbaum wenn ich weiß nicht wenn die erleben würden er macht einen echt guten job zu erledigen würde ich noch mal sagen boah stahl ein stopp geil stahl stahl weg damit damit reichstadt aluminium jahr geht halt überhaupt so super dass die hier sind vollkommen verschwendet her 12 aluminium besorgt herkriegen kann ich nicht verbinden aber jetzt doch oder nicht so langweilig erzählen ich glaube jetzt wenn ich so einigen packe es klappt aber sobald ich das einschalte sind wir bereits zum senden sobald ich das einschalte wenn sie mir ein verarschen bereits zum senden so der ist glaube ich nicht angeschaut hat unnötig jetzt müssen wir zu ende bringen was wir angefangen haben wir müssen das anwalt einen und dieses mal muss es halten also dann zurück an die arbeit doch jetzt da radio freedom sendet wenn wir überall und jederzeit die leute was mir dabei gerade einfällt ich habe noch was um dass du dich da kümmern könntest ja dann in etwas anderen auftrag für dich unsere späher haben eine vielversprechende stelle für eine neue siedlung gefunden woher sie mich eigentlich verarschen platziere einen funkleidstrahl und informiere die siedler darüber und bevor du dich versichst haben wir da eine neue farm statt des ödlands wir holen uns das kam und walt zurück stück für stück du wirst einfach nicht auf mir diese kack mission zu geben schon wieder cool probleme du gehst mir auf nerven mit den sachen machen wir mal ganz haben noch zeit in diesem part ich habe ein fett man dabei ich beschleunige das einfach ja wahrscheinlich wahrscheinlich bin ich zu gierig kann er er hat so geizig irgendwann habe ich aber auch alle siedlungen weil dann wiederholt sich hier nach der zeit habe ich dafür glaube in skyrim den ganzen kopf gelten ja ich komme endlich mal andere sachen und remissionen kommt damit der nächste sieht man ja da kommen traders was ist das hier überhaupt hat er hier gut hallo greife menschen wer oder was auch immer sie sind ich weiß dass sie da draußen sind was ich sagen normale normale schon so viel abgezogen und das wagen ich kann ja ich glaube eine kritische treffer zu verbessern war nicht schlecht den ganzen magazin die ich auch noch sammle aber es ist ja cool okay kein problem locker fällig man kann da so rum das ist ja ja das ist wie ja ja Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! mir lauft alle da durch ok wahrscheinlich hattet ihr irgendwie so eine legendäre irgendwo nicht kann ja nicht einfach sein ja zum abklips das war doch mal aber du hast keine arme der schwarze ritte von monty python arbeit er sagt mir seid ja wohl danke schön was sagt ja ich werde jetzt bestimmt mich hier noch mal rumlaufen alle absuchen wo ich das gerade genau mache da drin war dann irgendjemand super starkes hat immer auf mich hier die gegend zu schubsen sein hat mein angst manchmal abbrechen aber nicht mehr hier sind es natürlich dauert nur ein bisschen lang das muss ich irgendein super starken erledigen es kann ja nicht einfach sein es ist eine rüber geklettert Oh. Geil. Du darfst mich mal hier zu kriegen. Ich glaube, ich bin auch seltscher. Wäre sicher. Könnte mich mal. Boah, was? Ich muss ja legen. Mir egal ob ich packe oder nicht. Ja. Okay, hier ist alles verschlossen. Sehr gut. Aber auch nicht. Das ist so legendäre. Okay, wo ist denn hier Dingens? Okay, bitte einfach mal. Oh. Sehr gut. Fuck. Alter, warum sind wir immer noch so viel? Oh nein, da ist in der Gmbärre auch noch. Ich bin nicht sauer. Ich bin nicht sauer. Zombie-Killer! Boah, das gibt es nicht. Ich treffe den nicht. Heiner. Aber deine Beine sind kaputt, glaube ich. Und da mutiert. So. Oh, ne Minigun, ne verbesserte. Sie hat ja auch noch einen Fit, Mann, ne? Aufgepasst. Ähm, geh mal hier rein. Das ist das wert. Wehe, du ballerst damit. So, jetzt soll man eine Radiostation hier aufbauen. Äh, Sendestation. Ähm. Ja, und dann kommt das noch mal. Boah. Guck mal, ruhig mal um den. Boah. Boah, ist immer noch einer, also mal. Kein verdammten Blitz. Boah, Leute. Gibt's doch von euch was. Da ist immer noch einer. Boah. Wenn man rechts aber mit den Gegnern. Boah. 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 Boah, wir wollen noch einen Generator. Boah. ja wenn ich werde ich hier mit ihm hier mal sprechen oder wo ist er was ist hier was macht er hier behalte die fenster im auge ich habe den ort gesäubert an denen du mich geschehen ist nicht gut ich habe einen funkleid strahl platziert das sind gute neuigkeiten wenn die leute erst mal ein zuhause benötigt und bietet jedem hilfe an wer sie benötigt ja kein level ab ehrlich okay das reicht dann auch für diesen part genau so viel zeug passiert wenn wir heute nur stressig habe ich das gefühl gut dann sage ich dankeschön fürs zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play bevor die mich die ganze zeit jetzt immer fragt auf screen aber durch den ganzen scheiß und durch hast du zu mir gestanden du hast meinen rücken frei gehalten und dafür gesorgt dass ich keinen unsinn anstelle ich denke ich sollte dir ein wenig über die person erzählen mit der du reist es gibt keinen grund so zu tun als wenn wir fremde es wäre schön mehr über dich zu wissen das sagst du jetzt aber wenn du meine geschichte gehört hast freust du es vielleicht alles fängt mit zwei heruntergekommenen individuen an wie man wohl meine eltern nennen könnte ich bin überzeugt dass ich ein versehen war und ich kann mich nicht erinnern dass sie mich jemals wie ihre tochter behandelt haben ich wurde angeschrien und geschlagen alles was ich tat war falsch ich war in ihren augen nur eine plage ich habe mir die ganze zeit über gesagt dass sie mich zumindest ein wenig geliebt haben denn sie haben mich nie rausgeschmissen von meinem 18 geburtstag fand ich dann heraus warum sie mich da behalten hatten sie legten mir ein elektro halbband um und verkauften mich ans glabenhändler sie verabschiedeten sich nicht mal von mir 18 jahre habe ich diesen scheiß ertragen und dann war ich ihnen nur eine tasche voll kornkorken wert hi wer bist du das ist ja schrecklich ich weiß es ist nicht leicht für dich das zu hören aber lass mich fertig erzählen es wäre so leicht meine eltern für meine reizende persönlichkeit verantwortlich zu machen aber das war ich selber ich war fünf jahre bei diesen sklavenhändlern die härtesten fünf jahre meines verdammten lebens zu was sie mich gezwungen haben wie sie mich für ihr vergnügen es braucht haben mir wird ganz schlecht wenn ich daran denke aber ich nutzte die zeit und habe gelernt ihre eigenen methoden gegen sie anzuwenden ein paar kronkorken aus den taschen eines schlafenden mannes zu stehen ist einfach solange man nicht hartgericht wird ich kann mir nicht mal vorstellen wie ich so was durchstehen könnte du denkst das ist schrecklich warte ab die geschichte wird noch schlimmer es hat mich all meine geduld gekostet aber nach fünf jahren hatte ich endlich genügend gestohlen um mich frei zu kaufen doch statt abzuhauen und mein leben in ordnung zu bringen gab ich meiner wut nach und bin nach hause gegangen du kannst dir vorstellen wie erstarrt meine eltern waren als ich ihre tür aufgetreten habe du kannst dir aber nicht vorstellen wie sie ausgesehen haben als als ich meine knarre leer geschossen hatte okay wie konntest du deine eltern umbringen wie kannst du sie eltern nennen sie waren opportunisten die einen menschen ausnutzen um ein paar kronkorken zu verdienen wenn ich deformiert aus meiner hohen mutter rausgekommen wäre hätten sie mich im fluss ertrinkt und es nochmal versucht ich war ihnen scheißegal also waren die auch mir scheißegal ende der geschichte du hast getan was du tun musstest wirklich wenn ich die augen schließe sehe ich nie ihre angstverzerrten gesichter und dann kommen mir viele gedanken und ich verurteile mich selbst und das zerreißt mich verdammt nochmal denkst du dass ich mir den scheiß spritze und mich sinnlos betrinke weil ich ein hartes irisches mädchen bin ich tue es um zu vergessen und mein beschissenes leben weiterzuleben jetzt bist du im bilde jetzt kennst du kate mit all ihren fehlern und schwächen du kannst über sie urteilen keine sorgen ich habe mein vertrauen in dich nicht verloren ich wusste dass es ein wagnis ist dir das alles zu erzählen ich bin froh dass ich dich nicht enttäuscht habe ist schon gut gut ich würde unsere kleine partnerschaft ungern belasten danke dass du mir zugehört hast jetzt können wir uns wieder um unsere angelegenheiten kümmern ja aber ich werde das mal im party abenden und wir sehen uns halt in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4 ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten Folge ich bin froh ich bin froh ich bin froh ich bin froh Vielen Dank.